Benutze eine Sie-Sprache. Eine Sie-Sprache, damit meine ich, dass du ganz bewusst darauf, auf deine Formulierung achtest, dass es dauerhaft für deinen Kunden passiert. Hi, der Mitch wieder hier. Benutzt du denn die Sie-Sprache bei deinen Kunden? Und nein, ich meine jetzt nicht, ob du die Kunden siehst oder ob du sie duzt. Ganz viele Vertriebler da draußen machen eins, sie formulieren sehr viele Dinge, sehr ich-lastig. Lieber Kunde, mir ist es einmal wichtig, die Punkte nochmal zu wiederholen. Oder eine Sie-Formulierung wäre, lieber Kunde, dass Sie für sich erkennen, dass ich alles richtig mitnotiert habe. Ist es in Ordnung, wenn ich die Punkte nochmal ganz kurz wiederhole? Benutze eine Sie-Sprache. Eine Sie-Sprache, damit meine ich, dass du ganz bewusst darauf, auf deine Formulierung achtest, dass es dauerhaft für deinen Kunden passiert. Lieber Kunde, ich kann Folgendes formulieren. Lieber Kunde, ich würde gern mitschreiben, dass ich nichts vergesse. Oder, um schlussendlich sicherzustellen, dass Ihre genannten Punkte alle auch notiert sind, ist es für Sie in Ordnung, wenn ich mitschreibe. Du machst dauerhaft für den Kunden etwas, dadurch gibst du dauerhaft dem Kunden ein unglaublich positives Gefühl. Im Unterbewusstsein merkt er eins, du interessierst dich für ihn. Dadurch wirst du meines Erachtens von der Sympathie, von dem Aufmerksamkeitsgrad, von deinen Mitbewerbern dich abheben. Er wird sich positiver fühlen, dein Kunde. Weil eins ist klar, der Kunde interessiert sich ausschließlich für sich. Er interessiert sich nicht für dich. Er interessiert sich nicht mal in der zweiten oder dritten Instanz für sich, Entschuldigung, für dich, sondern immer nur für sich. Also gib ihm doch mit der Sie-Sprache, dass Sie für sich erkennen. Perfektes Beispiel auch beim Vorabschluss. Lieber Kunde, wenn ich alle genannten Punkte zu 100% erfülle, dann kaufen Sie bei mir oder ich kann sagen, lieber Kunde, wenn Sie für sich erkennen, dass alle Punkte zu 100% erfüllt werden, dann habe ich Sie richtig verstanden, dann kaufen Sie gern bei mir. Okay? Benutze die Sie-Sprache und der Kunde wird sich von Anfang an wohler fühlen. Hör auf, ausschließlich von dir zu kommunizieren, dass ich, dass ich auch wirklich sicherstellen kann, dass ich, ich, ich. Weil der Kunde interessiert sich in dem Moment leider viel zu wenig für dich, leider, sondern viel zu sehr für sich. Also gib ihm das gute Gefühl und du wirst automatisch mehr Abschlüsse generieren und vor allem eins, auch schönere Gespräche führen, die immer zu mehr Umsatz führen. bases er advised vonTimeims, Feststatt und themat bonaolia Whoa! Ab doctrinal Buhlmann, valve auch Lebe! Beide? Move cover b und nicht bei dir, ontinua